Willkommen zurück, ich bin's wieder, die Nathalie von der Bergheimat und wir nehmen euch jetzt mit zum Formagurt, wo wir unser Milch herkriegen. Unsere Kühe halten wir in einem moderner Milchviehlaufstall. Das ist 2010 erbaut worden. Wir machen das zweimal am Tag, in der Früh um 6 Uhr, auf Nacht um 5 Uhr. Sie fressen im Sommer das Groß von der Weide und im Winter das getrocknete Hai und zusätzlich kriegen sie noch eine Getreidemischung. Streichleinheiten erhalten sie vom Bauern und von der Bäuerin täglich oder im Stall bei der Kratzbürste. Schau Nathalie, das Groß, frisch und saftig, da kann man natürlich selber reinbeißen, so gut schaut das aus. Das fressen in den Kühen auf der Weide, in der Nacht sind sie im Stall, kriegen eine Getreidemischung und untertags das frische Gras. Hans, ich wollte schon wissen, wie die frische Milch schmeckt. Darf ich mal kosten? Ja, kosten wir es einmal. Dankeschön. Unsere Gäste kriegen das nämlich bei uns jeden Tag frisch geliefert, direkt vom Bauern. Prost. Dankeschön, Hans. Prost. Dankeschön. Frisch. Nein, frischer geht es nicht. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.